Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Kristall. Im letzten Part haben wir uns ein wenig in Ducatia City umgesehen und heute geht es in die hiesige Arena. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Definitiv, ich habe vor dem Part schon mal Kraft getankt in Form einer großen Pizza. Dementsprechend kann ja jetzt nicht mehr viel schief gehen. Auch wenn ich halb am Platzen bin, muss ich zugeben. Muss aber auch mal sein. Problem an dieser Arena, was ich so habe, Normal-Pokémon. Normal-Pokémon haben eine einzige Schwäche und das sind Kampfattacken. Und ich habe keine Kampfattacke. Deswegen, ja, mal gucken, wie das so laufen wird. Ich finde generell, dass Normal-Pokémon-Arenen meistens ziemlich schwierig sind. Also in Gen 1 gibt es keine, also in Kanto gibt es keine. In Jute gibt es diese hier, die ist die Hölle. Ist für mich auch so eigentlich die schwerste Normal-Pokémon-Arena. Ähm, in Höhen gibt es die von Norman, die ist auch definitiv nicht zu unterschätzen. In Sinno gibt es, meine ich, auch keine. In Einall gibt es, ja, ich sag mal zwei. Einmal in Einall 1 eine und einmal in Einall 2 eine. Also schwarz und weiß 1 und 2. Ähm, die sind beide ziemlich gemein, finde ich persönlich. Also, ich weiß nicht, es gibt für mich keine Normal-Pokémon-Arena, die wirklich einfach zu bekämpfen ist. Ähm, hoch, da wollte ich gar nicht draufdrücken, aber gut. Deswegen, also ich habe da doch immer ziemlichen Respekt vor, muss ich sagen. Vor allen Dingen vor dieser hier einfach. Also ich sag mal so, 90% dieser Arena ist voll okay. Also Visor ist okay. Und, ähm, das erste Pokémon der Arena-Leiterin ist auch noch okay. Das große Problem ist ihr zweites Pokémon. Das kann nämlich so dein komplettes Team einfach auseinandernehmen. Ähm, ich bin da als Kind wirklich dran verzweifelt. Ich denke mal, viele von euch auch. Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Also wie ich zum ersten Mal in diese Arena gegangen bin mit meinem, was hatte ich damals? Ich glaube, ich hatte Endivia als Starter, also hatte ich Loreblatt. Äh, ich gehe mal davon aus, ich hatte auch einen, äh, Tauboga zu dem Zeitpunkt. Und einen Wati und ansonsten, keine Ahnung, wahrscheinlich noch einen Felino, so wie ich mich einschätzen würde. Und ich bin in diese Arena gegangen und dachte mir so, ja, Normal-Pokémon hast du halt nichts, äh, sehr effektives, aber kommt's halt schon irgendwie klar. Ging alles super gut und dann kam die Arena-Leiterin, erstes Pokémon, ja, lief noch ganz gut. Und dann kam ihr Signature-Pokémon und hat mich so auseinandergenommen. Und ich war geschockt damals als Kind. Und sie hat mich auch noch zwei- oder dreimal auseinandergenommen danach, bis ich das geschafft habe. Und seitdem habe ich mir eigentlich meistens angewöhnt, ähm, wie gesagt, Ducatia City erstmal hinter mir zu lassen, weiterzugehen, weil da kommen noch ein paar mehr Trainer. Und dann erst in die Arena reinzugehen. Weil ansonsten, also das, vor allem wenn du viele Pokémon hast und dementsprechend vom Level her ein bisschen niedriger bist vielleicht, als ich jetzt, ist es die Hölle. Also ich hab da echt Angst vor, muss ich sagen. Ich glaube, es ist auch so, ich weiß nicht, wenn man mal im Internet nach irgendwelchen Pokémon-Bildern sucht, nach irgendwelchen Memes oder so, du wirst ziemlich viel zu dieser Arena finden, weil es ist einfach... So böse. So, so böse. Aber gut, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Im Anime fand ich das aber auch ziemlich interessant. Ash hat hier auch gegen... Bianca heißt sie ja, gekämpft. Und ich glaube, sie hatte drei Pokémon im Anime, meine ich. Und die ersten beiden waren instant besiegt, quasi nach ein paar Sekunden. Und dann kam ihr Signature-Pokémon und hat Ash auseinandergenommen. Und ich, ich, ähm, konnte mit ihm mitfühlen, weil ich kenne das sehr gut von mir. Ähm, wobei ich auch sagen muss, die Art und Weise, wie er letztendlich, ähm, den Orden errungen hat, war wieder mal ziemlich seltsam. Denn ich glaube, in der Arena hat es halt nicht geklappt. Und dann haben die halt nochmal draußen gekämpft. Und dann hat Ash quasi den Boden manipuliert, um zu gewinnen. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, in der Arena wäre Betonboden, da würde das nicht funktionieren. Aber gut. Anime halt. Ich glaube, die Hälfte der Orden hat Ash nicht wirklich fair gewonnen, von daher gesehen. So. Hätten wir dich auch. Hm. Du hast noch nicht in der Arena gekämpft, dann kommst du jetzt mal nach vorne. Fun Fact. In dieser Arena stehen ja jede Menge Kisten hier mit Blumen, nehme ich mal an. Wenn man sich das Ganze von ganz oben anguckt, was man hier jetzt natürlich nicht so gut sehen kann, dann sieht das Ganze aus wie ein Pipi. Ja, die Kästen dieser Arena sind aufgestellt wie ein Pipi. Das sieht man so im normalen Durchspiel nicht unbedingt, aber wenn man sich mal Screenshots davon anguckt. Also wenn ihr zum Beispiel mal auf irgendwelchen Pokémon-Seiten nach dieser Arena hier sucht, nach Bianca oder auch nach Ducacia City, was auch immer, einfach nach dieser Arena. Da werdet ihr mit Sicherheit Bilder finden, wo ihr halt den kompletten Aufbau der Arena seht von oben. Und da sieht man halt ganz gut, dass es ein Pipi ist. Was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Das war ein Volltreffer. Das hat man schon gesehen. Also ich mag solche Details irgendwie voll gerne. Weiß auch nicht. Es ist dann so von wegen, wir haben die Arena nicht einfach nur random aufgebaut. Wir haben uns da auch was bei gedacht, weil ich finde vor allem in normalen Pokémon-Arenen ist es immer, hier kann man das vielleicht halbwegs sehen. Hier müssten Pipis Augen gerade sein und dann hier seinen Mund. Ja, kann man sich von hier aus schlecht vorstellen, ist aber so. Ich finde das in normalen Pokémon-Arenen immer ein bisschen schwierig, ein Design zu finden, weil letztendlich Wasser-Pokémon-Arena macht so ein bisschen Wasser, ne? Und Feuer macht so irgendwie so ein bisschen ein paar Flammen oder alles so ein bisschen rötlich angehaucht und bei normalen finde ich das immer schwierig. Ich meine, so wie Norman hat hier einfach nur, ich sag mal, Räume. Aloa hat eine Bibliothek, Bianca hat hier diese Kisten rumstehen. Also ich finde das gar nicht so leichter, was zu finden, designtechnisch. Ich finde aber auch, dass der Normal-Typ irgendwie immer so ein bisschen zu kurz kommt. Also das hört sich jetzt doof an, aber allein die Typ-Bezeichnung, normal. Was ist denn schon normal? Wer definiert denn das? Niemand ist normal. Wir sind alle ein bisschen bekloppt. Und ich weiß nicht, für mich gibt's, ich benutze auch oft normal, wenn jetzt jemand meint, ja wie lief deine Prüfung? Ja, normal, so, ne? Mittelmäßig oder was weiß ich. Oder was für eine Haarfarbe hast du? Ja, normales Braun oder... Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich benutze das auch ziemlich oft, aber eigentlich gibt's doch überhaupt keine Definition von normal. Und normal beschreibt doch irgendwie nur so den Durchschnitt, so ein bisschen irgendwie. Also ich weiß nicht, wer auch immer uns vorgibt, was normal ist. Ich hab ziemlich oft normal gesagt. Ist vielleicht normal in diesem Zusammenhang, oft normal zu sagen, ne? Das wird immer noch blockiert. Ne, also weiß nicht. Ich find, das klingt so ein bisschen abwerkend dem Typ gegenüber. Und, ähm... Hör auf damit. Ich denk mir auch so in so Spielen wie zum Beispiel Pokémon Ranger. Gibt's ja Pokestärken. Und jede Pokestärke hat irgendwie voll was total Cooles. Und normal macht eigentlich nicht sonderlich viel. So, als Beispiel. Normal ist auch gegen nichts besonders effektiv. Hat dafür natürlich auch nur eine Schwäche, aber trotzdem. Oder in Pokémon XD, im Kryptobis, falls das jemandem was sagt, muss man die Pokémon quasi so aneinanderreihen, dass sie immer gegen das nächste Pokémon effektiv sind und gegen das vorherige anfällig, sag ich mal. Und da ist der Normaltyp eigentlich auch nicht gut aufgehoben. Weil, ne? Mit dem Typ Schwächen und Typ Vorteilen ist das halt echt ein bisschen schwierig. Deswegen, also... Ich weiß nicht, ich hab immer das Gefühl, dass der Normaltyp so ein bisschen zu kurz kommt, obwohl er nicht zu unterschätzen ist. Ist nur so, meine Meinung. Okay. Dann gehen wir doch mal raus. Die Frage ist, was mach ich gegen sie? Also gegen Bianca. Ihr Signature-Pokémon. Wird mich ziemlich platt machen. Ich könnte versuchen, es zu vergiften. Weil auch wenn sie sich heilt mit Tränken, oder wenn sie... Sie hat, glaube ich, auch eine Attacke zum Heilen. Wenn sie die benutzt, die Vergiftung bleibt. Einschläfern könnte ich es natürlich auch, aber dann wacht es wahrscheinlich irgendwann wieder auf und... Nee. Also werde ich auf jeden Fall Lana da in den Kampf schicken. Wie viele Tränke habe ich? Ich habe acht Tränke. Habe ich super Tränke? Drei. Und ein Beleber, das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ähm. Ich denke einfach... Hm. Ich würde Isona ungerne gegen ihr Signature-Pokémon rausschicken, weil das Ding kann Walzer. Und Walzer ist halt sehr effektiv gegen mein Igelava. Und das ist halt auch der Grund, warum dieses Miltank so unendlich stark ist, weil Walzer einfach immer stärker wird. Deswegen... Würde ich da, wie gesagt, Igelava ungerne reinschicken. Dann vielleicht doch lieber Edna. Das heißt, Isona müsste ihr erstes Pokémon besiegen. Also ich habe da ehrlich gesagt jetzt ziemliche Angst vor. Weil mit drei Pokémon hast du halt nicht so viel Auswahl. Aber gut. Ich gebe mein Bestes. Anderes kann ich sowieso nicht tun. Puh. Ich bin Bianca. Jeder hat sich auf Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Also ihr Charakter ist echt nicht so meins. Deswegen ist es um zu überraschen, dass sie eigentlich so extrem reinhauen kann. Sie startet mit Pipi. Passenderweise. Das Ding hält mir leider auch viel zu viel aus. Muss man dazu sagen. Aber was will man machen? Wetten, das Ding trifft jetzt elendig oft. Na, dreimal geht. Ja, nee, ist klar. Sprukig. Hättest du nicht irgendwie Platscher machen können? Ich überlege, ob ich mich vielleicht heilen möchte. Dass ich ein bisschen fit bin. Ich glaube, ich mache das auch einmal. Oh Gott. Stampfer. Das tat sogar ziemlich weh. Frage ist, reicht die Glut jetzt? Okay. Damit kann ich leben mit dieser Ausgangsposition. Jetzt kommt Mülltank. Kann ich ihr nicht einfach das Ei an den Kopf werfen? Dieses Pokémon ist so OP. Weil es tut einem einfach weh. Das hat sich doch gereimt. Das ist schon mal gut. Okay. Nett. Das Problem ist, der Walzer tut es ziemlich weh. Weil jetzt jede Runde einfach stärker wird. Und ja. Ich meine, so denkt man sich, ja, ne, ist ja nicht so viel Schaden. Wir können halt nur hoffen, dass die Attacke mal daneben geht. Wow. Macht das viel Schaden? Wie viel Schaden macht der Zerschneider im Gegenzug? Ich meine, ihr seht, um wie viel diese Attacke stärker wird. Das macht überhaupt keinen Schaden. Ähm. Das trifft auch noch die ganze Zeit. Wunderbar. Kannst du mal aufhören zu treffen, bitte? Das tut weh. Gott sei Dank ist es nicht so effektiv gegen Edna, aber es tut trotzdem weh. Das macht überhaupt keinen Schaden. Aber. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nichts riskieren mit dem letzten Walzer. Oh. Also dafür, dass das nicht sehr effektiv war, ne? Aber ich hab ne Limo. Ich glaub, ich benutze jetzt lieber mal die Limo. Die halten mich nämlich voll. Also ohne Heil-Items diese Arena zu machen, ist übrigens auch krank. Da muss man nämlich vorher unendlich viel trainieren. Ich hasse diese Attacke übrigens. Dieses Ding kann kein Milchgetränk auf diesem Level. Es kann es einfach nicht. Also wirklich, es kann es eigentlich nicht. Ich kann versuchen, ihre Genauigkeit vielleicht zu senken. Das ist somit meine einzige Chance eigentlich. Oder ich besiege es. Puh. Ihr versteht, glaub ich, warum Milchang so böse ist. Also ich nehm mal an, die meisten von euch wissen das sowieso. Aber diese Kombination aus dem immer stärker werdenden Walzer, der dann vielleicht auch fünf Mal kleiner gleich trifft und dem Milchgetränk ist echt böse und du machst dem Ding einfach keinen Schaden. Oh. Du bist gemein. Du solltest nicht zu ernst sein. Du, du Kind, du hast mich plattgewalzt mit deiner dicken Kuh. Jetzt heulen mir nicht die Ohren voll. Du bist gemein. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Okay. Oh. Was, du, was willst du, einen Orden? Oh, stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Also das lief eigentlich besser, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon stärker auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Was sind denn mit der die Innit deiner Pokémon? Oh, das hier ist auch für dich. Oder so. Ist das nicht Anziehung? Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Was ist nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Nein. Ich denke nicht. Aber gut. Hätten wir diese Hürde auch genommen. Bin ich ja eigentlich ganz froh, dass das halbwegs gut funktioniert hat. Huch. Okay. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch gleich hier vorbeischauen. Hast du den wackeligen Baum? Ja. Ich weiß, das hast du uns schon gesagt. Was sagst du uns jetzt noch gar nicht? Muss ich erst zu dem wackeligen Baum hin? Oder war das in Kristall anders? Normalerweise habe ich das so in Erinnerung, dass ich dann nach der Arena reingehe und dann sie so, oh, du hast den Orden. Hier, nimm das. Und damit kann man den wackeligen Baum ein bisschen ärgern. Ist das hier jetzt anders? Muss ich da jetzt erst? Oder war das in Gold und Silber? Bin mir da jetzt gar nicht mehr ganz so sicher. Na gut, wir gehen einfach erst mal weiter. Wir haben ja noch genug zu tun. Vielleicht kriegen wir auch das, was ich gerade im Kopf habe, erst vor Ort. Das war, glaube ich, in Hartgold und SoulSilber auch so. Okay. Wir werden auf jeden Fall nochmal hierher zurückkehren. Das schon. Aber erst mal geht unsere Reise weiter. Ähm. So. Passt. Was haben wir denn hier stehen? Route 35. Und dahinter ist ein Baum mit Rätselbären. Das weiß ich ganz genau. Gehst du auch zur Pokémon Arena? Ich glaube, ich komme gerade aus der Arena. Aber zur nächsten gehe ich auch, ja? Da habe ich auch ein bisschen Respekt vor. Mal gucken, wie das so laufen wird. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ulpix ist so ein schönes Pokémon. Äh. Aber Sternenschauer. So. Ich würde aber vielleicht vorschlagen, nachdem wir jetzt so erfolgreich in der Arena waren, dass wir es dann erst mal dabei belassen, bei diesem Erfolg. Und vielleicht die Trainer auf dieser Route beim nächsten Mal bekämpfen. Da kommt nämlich noch so einiges auf uns zu. Ist ja Part nicht ganz so lang wie die anderen, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Du weißt aber auch, irgendwie zuckern kann das sein. Meine Güte. Tö, 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 tö. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Kristall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. So. Ciao, Leute.